So, der KZ über 100 Pfund. Schumnik. Manuel Geier. Ein Tor, die Entscheidung! Und der Torschütze ist Raphael Herburger. Der Pass von Stefan Geier, glaube ich, war aus... Kann man es noch einmal ran? Na, 100 Pfund ist es. Zunächst einmal mit der Aktion. Und da sind die KZ über 100 Pfund. Schumnik. Jetzt kommt die Scheibe wieder auf rechts wohl hinüber. Und den Stock im richtigen Moment dazwischen. Also, das Zuspiel von Manuel Geier, wenn ich es richtig gesehen habe. Und Raphael Herburger ist zur Stelle mit dem Game-Winning-Goal. In der Serie steht es damit mit diesem 5 zu 4 in der Overtime. Nach 3,31 Minuten 1 zu 1.